Herzlich Willkommen in der lauten Autobahnbrücke. Es wird alle ohrenbetäubende Nacht sein. Danke schön. Du wirst morgen nur halb so viel hören wie heute. Ich werde mir Taschentücher in die Ohren stecken, glaube ich. Das wird so richtig geil sein. Und es regnet die ganze Zeit, es ist total kühl. Und deswegen schlafen wir unter dieser Autobahnbrücke. Das wird so richtig geil sein. Wir versuchen jetzt gerade mit unseren Taps einen Windschutz aufzubauen, weil das ist hier total schmierig-windig. Und dieser ganze Regen, der peitscht hierher für den ganzen Wind. Genau, und der klatscht hier rein und macht uns die ganze Zeit unsere Sachen nass. Mein Schlafsack ist hier jetzt schon total durchnässt. Und das will einfach nicht aufhören. Das ist hier alles total windig. Das ist voll scheiße. Das fliegt uns weg dieser Taps die ganze Zeit. Das ist richtig hässlich, diese Brücke hier. Das wird eine richtig hässliche Nacht sein. Der ganze Wind will nicht weggehen und der ganze Regen, der peitscht hier unter dieser Brücke und drittert durch. Und unsere ganzen Sachen sind hier nass. Und wir haben bestimmt in den letzten zwei, drei Stunden damit gekämpft, diesen Taps hier vernünftig aufzubauen. Und das war richtig scheiße gewesen mit dem Wind. Und das funktioniert einfach gar nicht. Das ist voll scheiße. Wir haben uns dazu entschieden, dass wir die ganzen Sachen hier zusammenräumen und nach da drüben hingehen, da wo die Wand ist. Weil da drüben, wo die Wand ist, da ist ein bisschen Windstiller. Man ist auferstanden und die Nacht war voll scheiße gewesen, man konnte kaum schlafen.